Wenn du kein selbstständiger Unternehmer oder angehender Unternehmer bist aus der IT-Branche, IT-Berater, Experte, Dienstleister, dann klicke ich sofort auf Weiterspringen, dann ist dieses Video nichts für dich. Wenn du aber IT-Dienstleister, Experte oder Berater bist, Selbstständiger oder Unternehmer oder willst es werden, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Denn so wie ich auch bereits vor 20 Jahren mich selbstständig gemacht habe, in der IT-Branche hast bestimmt auch du das Problem der Neukundengewinnung. Neukundengewinnung nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern nicht nur per Zufall oder per Empfehlung, sondern stetig, systematisch, skalierbar und kontinuierlich diese Leads, gute Leads, nicht nur einfach irgendwelche Interessenten, die an deinem Thema interessiert sind, sondern Interessenten, die auch zahlungsbereit sind, also zahlungskräftig und bereit sind, mit dir ins Geschäft zu kommen und diese Leads immer wieder stetig zu gewinnen. Und das aus einer Kombination von, so viel kann ich jetzt schon verraten, Online- und Offline-Marketing. Wenn dich das interessiert, dann klicke hier unten auf den Link, den du hier unten irgendwo siehst und dort kommst du auf meine Landingpage, dort drück dich bitte ein und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein und Happy Hunting!